chat ich würde mich jetzt auf jeden fall gerne in das video reinschwingen okay man muss dazu sagen ich glaube der typ der hatte das so aufgezogen wie bei dadex also dem typen der die ankommen twitch clips da immer macht ich glaube das ist genauso aufgezogen da ich bin mir grad nicht sicher aber ja ich würde mich da auf jeden fall jetzt gerne reinschwingen weil ja ich würde mir das hat auf jeden fall gerne reinziehen hey ich habe mein bestes gegeben dass das video selbe ist für streamer bitte packt eure cam hier oben links hin in die clips habt schickt mir die bitte über twitter und ja enjoy ich hab kein kopf ich meine da ist nichts jungen viel stank man jungen das war gerade so viel stank im moment fucking daddy ja keine ahnung dennis fucking funny hallo wer damit verkommt ist ne pussy oh nein und der stirbt oder oh mein gott nek hat aber auch komplett verwirrten chat ohne witz ich meine wenn selbst nek sein chat so erziehen kann dass es so eine minen chat wird dann kriegen wir das auch hin okay chat okay heils maul heils maul okay eins zwei drei vier fünf ja ich kann es schaffen eins zwei oh boy oh nein verarsch mich nicht oh nee ja hat das super funktioniert ich hab mal kurz nicht nachgedacht und ich bin ha ja 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 du musst endlich mal dein felix bodypillow in die cam zeigen ich weiß dass er bei dir angekommen ist mach das matti ähm ja weißt du was das lustige wäre äh Noah wenn ich jetzt aus der cam gehen würde und dann wirklich so ein bodypillow hervorziehen würde das wäre glaube ich funny oder aber nein ist nix da ist nix warum hat die hier löcher oh mein gott what the fuck junge was denn da passiert auf einmal halbe erdbeben mach mal ne 12 das wäre natürlich unfair weil was die alten frauen hatte ist aber sonst was die ich gerade noch in der küche rumstehen hatte meine güte mann wo sind die 16 jährigen die ich mir klären kann oh wenn ich ein mädchen wäre wäre ich die überhure same same fühle ich fühle ich was hat Kev da gesagt meine güte mann wo sind die 16 jährigen die ich mir klären kann und sie und äh ja ok oh wenn ich ein mädchen wäre wäre ich die überhure ja aber fühle ich Ilya, ich weiß nicht, was du für Nudeln hältst, das ist doch keine Nudeln. Ich zeig dir jetzt deine Nudeln, okay? Am besten noch aussehen für die Klicks. Alter, okay. Also anscheinend ist es wirklich krass so, dass... Vielleicht sollte ich das auch mal machen, mich für Klicks ausziehen. Also, ähm... Okay. Juni, Karl! Juni, Karl! Juni, Karl mit seiner Tee-Schale einfach, WTF, Mann. Ich hab mir grad meinen Ellbogen wehgetan, auch. Oh, geile. Oh, jeig. Digga, was gehst du da auf? Ich hab Angst. Das hat echt sein, dass ein Protrauen... Bist du witzig oder was? Was soll denn das? Was kommt denn hinter uns? Boah, dieke, das hat keiner gesehen. Oh, boy. Big Yikes. Äh, Big Yikes. Big Yikes. Hat er gejoggt. Wo lag ich einmal gewonnen, Leute? Weil die Pisser immer in der Hocke sind. In der Hocke, Mann. Ey, egal wo ich bin. Die Gegner sind so da. So. Und warten schon auf einen. Juni, das ist doch nicht normal. Lauft doch mal. Lauft doch mal einen Meter. Macht doch mal zwei. Macht was aus seinem Leben. Aber immer nur so. Und dann so. Und so zu Hause. Oh, ja, den Clip hab ich gesehen. Der war da jetzt. Fucking Kian. Ich frag mich, wie man denn was das macht. Juni, wenn ich ehrlich bin, ich hätte auch mal wieder Bock auf Rust. Aber ich glaube, alleine zocken wäre halt fucking lame. Was echt schade ist. Und ich habe niemanden, mit dem ich um Diozeit zocken könnte. Außer mit Nilo, aber der spielt um Diozeit World of Warcraft. Big Satch. Ich find die Clip immer so geil, wie Basti einfach stirbt. Ich kenne da einen guten Server, aber da sind einige Streamer drauf. Ja, aber ich komm da nicht rein. Aber willst du uns das auch mit ihm antun? Ja, das ist halt natürlich so eine Sache. Ja, komm, gib's mir richtig. Oh, geil. Fühl dich. Wait, what? Was ist denn nochmal, ähm, was ist denn der Clip, ähm, ähm, äh, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich pretende, aber ich pretende nicht rein, ich weiß wirklich nicht, wie das Wort, äh, wie das Wort ist. Ähm. Wie, welche Taste musste ich drücken, damit ich, äh, äh, die Zeit zurückspulen kann, äh, bei YouTube. Da gibt's doch irgendeine, äh, da gibt's doch irgendeine Taste, die ich drücken kann. Ähm, feit hast du links? Ah, Ehre, danke dir. Danke. Oh, geil. Schön, das ist Afrika. Hä, ist das nicht die USA? Bro, dein T-Shirt ist falsch rum. Hä, 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 hä. Legendärer Clip. Hä, hä, hä. Das muss man aber auch erstmal kriegen. Obwohl, mir ist das auch schon passiert. Das ist mir auch schon so oft passiert. Ohne Witz, Mann. Ich habe so, manchmal komme ich einfach in die Wohnzimmer rein, ok, und meine Mutter sagt so, Hey, dein T-Shirt ist falsch rum und ich so Oh Und ich denk mir so, Junge im BTS Danke Ich mach mir jetzt Putin Love Me James Charles Okay, den Rest Die hab ich schon Wait, das ist ein Pornoster, oder? Mom Oh nein, das ist der Cliff, wo Trimax stirbt Kann ich aufhören? Ja, ja Oh mein Gott Sollen wir keinen Fallschaden bekommen und sind hier runtergekommen Woher dann wegen dem scheiß Boot? Oh nein Nein, nein, Romatra, oh mein Gott Wegen des scheiß Bootes, Alter Oh nee Oh nee Ist okay, wir kennen dich doch nur ohne untenrum Ja, aber wir sind auf Twitch, okay Wir sind auf Twitch und nicht auf Chat you bait Das ist doch mal was anderes Was? You baited? Nein, you want you baited, Chad? Hier gibt's keine, hier gibt's kein Zöx Hier gibt's kein Zöx, Chad Hier gibt's kein Zöx Hier gibt's kein Zöx Oh mein Gott Junge Ey, ohne Wissmann Ich find's immer noch so paradox Dass Nick so ein Meme-Chat hat Ohne Wissmann So, bei Nick hätte ich immer so Hatte ich den Chat immer so Als absoluten Normie-Chat eingestuft So, aber der hat ja den übelsten Meme-Chat Warum hab ich nicht so einen Meme-Chat? Hey, Arno, grüß dich, moin Was geht? Mir geht's dich, auch so gut Er ist doch ein Normie Ja, aber hast du seinen Chat gesehen am Verrost? Junge, der Chat hat mehr drauf als wir Bruder, wenn ich kacken muss, dann kack ich Und wenn fucking Barack Obama zukommt Zu Lul-Moment Ich scheiß dann halt Ich muss, ich muss scheißen Digga, was soll ich machen? Dann scheiß ich halt Begen Jux Bro, wie kann man da nicht nach der Nummer fragen? Ich will echt nicht von mir behaupten Dass ich jetzt viele Eier hab Um in real life nach einer Nummer zu fragen Aber die kommt sogar noch mal extra zurück Bruder, da musst du doch fragen Das ist doch der hier Beweis Die hat sich ja schon fast angeboten Die hat förmlich geschehen Frag endlich nach der Nummer, du Idiot Was machst du denn? Fühl ich, fühl ich Junge, ich bin auch einer so Wenn das wirklich hart auf hart ankommt Check ich's nicht Wirklich, ich bin einer von denen Der's dann einfach nicht checkt Junge, ohne Witz, das musste ich euch erzählen, okay Ich weiß nicht, ich glaub Ich glaub, ich war damals 16 Ne, ich war sogar jünger Ich glaub, ich war 14 oder so Ähm Und ich hatte da damals dann noch Aktiv Facebook genutzt, okay Ich weiß Und ich hatte da Und ich hatte da immer dann mit So einer geschrieben Ähm Und ich hatte So und ich hatte das damals nur gecheckt Dass sie da irgendwas von mir wollte Okay So, die hat immer so Irgendwie übel Weiren Sachen geschrieben Und so Und ich hab erstmal so gedacht Ja, okay Keine Ahnung Vielleicht ist das einfach Weirre So und ich hab letztens noch mal Mir die Nachrichten durchgeguckt Einfach Weil ich übel Langeweile hatte Und ich hab mir dann einfach so gedacht Oh mein Gott Nein, Alter Als ob du das nicht gecheckt hast Junge, die hat sich auf dem Silbertablet angeboten Und ich hab einfach nur gedacht Ja, Junge, die ist weird Junge Ich bin fucking ass Kannst du dir nicht vorstellen Bro Und die sah gut aus Oh mein Gott, Alter Junge, das war so dumm Wie kann man so ass sein Oh mein Gott, Alter Glaub mir Es war wirklich eindeutig So und ich als 14-jähriger Notgeiler So, okay Dachte ich einfach so Ja, okay Die ist vielleicht weird Oh Mann Hast du dich gefragt Ob sie auf dein Gesicht darf Sehst du das? Ist April eigentlich Frühling Oder Januar? Was? Ist April eigentlich Frühling oder Januar? Ei, ei, ei Ah Junge, WTF Was? Du bist schon wieder am Schreiben, Fabo Digga, das ist ein Placement Oh mein Gott Aber das erste war ja mal Ab jetzt werden wir nicht mehr verkacken im Chat Alle Leute, die hier auf No gesetzt haben Ihr werdet alle eure Punkte verlieren Oh mein Gott Jemand hat im Chat auch geschrieben Dass Micky dieses Level nicht geschafft hat Wir werden's schaffen Oh nein Wir werden's auch noch nicht schaffen Oh nein Warum machst du das? Minecraft spielen? Ich weiß Ja, Minecraft geil Oh nein Oh mein Gott Oh mein Gott Ich rap Ah, dude Yeah, for real, man You're doing this thing That I never been doing before Yeah, man I'm keeping this thing And I'm flipping the thing I'm eating this shit I'm hitting the rig Spooking the gas Ich find die Reaktion Ich find die Interaktion zwischen den beiden immer so nice Ich liebs Warte mal, Junge, was soll das denn da? Irgendein Timmy, Alter Wieso macht Danny das so oft? Können wir das jemand erklären? Das ist nicht das erste Mal, dass ich so ein Stöhner von Danny gehörte Oh nein, oh nein Junge Nee, ey Nee Komm mir nicht so Nein, oh nein, da ist ein Fuldi Schaut, es ist super clean da drin Ja, die hätte ihm dann die Tastatur sauber gemacht Okay, bei mir sieht's Ratte ich besser aus Oh, was ist Rastrule Nummer 1? Ist das PewDiePie? Wat? Jungs Das kam heute einfach so wie ich Subs Ich weiß nicht, wie ich das weitermachen kann Ich fühle Wir hatten heute nur einen Re-Sub-Chat WTF, man Da kann ich doch nicht offline gehen wieder für zwei Wochen Was soll das, man? Wir haben nicht mehr 30 Subs, hallo? Was ist denn das? Ich gehe gleich offline Ich weiß nicht, wie die Miete zahlen kann mit 16.405 Subs Forzen please the chat Nein, PokéRef Alter, Junge Das war fucking Pokchamp Junge Also Realtalk War echt ein geiles Video, man Bin ich ehrlich Also auf jeden Fall Big Shoutouts an den Dude Ich link mal das Video in den Chat Okay Oh Huch Scheiße Hoppla Äh, ich link mal das Video hier Oh mein Gott Ich 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 Denk mal das hier rein Okay Also falls ihr euch das selber geben wollt Noch mal oder so Könnt ihr gerne da draufklicken Den Typen da irgendwie abonnieren Oder so Ähm Ohne Wissmann Ich fand's wirklich sehr nice War mich sehr bescheuert Ohne Wissmann Das hätte wirklich halt auf jeden Fall Gut Chance So wirklich deutsche Äh Ankabe Twitch Clips werden Realtalk Bis zum nächsten Mal